Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Commander-Conker Alarmstoff-Rot 1, Remastered Edition auf Seiten der Alliierten. Ganz genau, Leute, und wir waren beim letzten Mal hier in einem Vorposten von Moskau angekommen und wir müssen hier Technologie-Zentren ausspionieren. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir das mal weiter hier in Angriff, also ich nehme das direkt wieder nach der letzten Folge auf. Und wir haben in der letzten Folge schon ziemlich viel erlebt, also der Gegner, der kommt ja nütlich angeschissen, wie ihr seht. Und ja, die Lecks, die sind leider immer noch da, ich habe gerade eben mal kurz was ausprobiert, aber seit dem Update, und dieser Sammler ist irgendwie kaputt, und der bringt irgendwie nur, keine Ahnung, zwei Ladungen rein immer. Der ist irgendwie komisch, aber gut. So, da sammelt er sich wieder mit den Manneken hier, schaut mal. Und ja, würde ich sagen, warte ich diesen Panzer jetzt noch ab und dann gehen wir da gleich direkt mal an Reif, hier, los. Und, jo. Der geilen Mucke. Was hat er hier? Da hat er nur einen Hund, okay. Ich hatte hier doch irgendwo einen Spion gehabt, ne? Aber ich glaube, der ist weg. Der ist jetzt weg, der Spion, ne? Gut, komm, Sammler, was ist los hier? Was macht ihr da? Seid ihr blöd? Was macht denn der Sammler da? Wirklich, der sammelt immer nur einen... Da sind die Manneken. Der sammelt immer nur einen Futzen hier. Und dann gibt der auf. Und dann hört der auf, was soll das? Oh! Ja, das waren die Hubschrauber, Leute. Das waren die Hubschrauber. Das ist egal. Gut, Leute, dann würde ich sagen, gehen wir mal angreifen, hier, los. Wow! Panz, direkt alle weg. Sehr, sehr geil. Okay, Leute. Äh, dann macht den kaputt. So, würde ich sagen, gehen wir mal angreifen. Fahr den Winnigen kaputt. Los, einfach drüber walzen hier, ganz genau. So schnell geht das. Ja, das Problem ist halt, hier steht ein Tech-Zentrum. Und hier steht ein Tech-Zentrum. Die muss ich beide... Beide, äh... stehen lassen. Aber fahrt einfach rein, komm. Einfach reinfahren. Einfach durchfahren hier. Oh, ho, 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 ho. Krass, Leute. Gut, die Hubschrauber können die Energie kaputt machen. Los. Mach die Scheiße im... Och, du Scheiße. Das könnte knapp werden, tatsächlich, ja. Gut, dann mach die Hubschrauber im Arsch hier. Raketenwerfer im Arsch machen. So, zack, zack. Zack. Mach diese Flak kaputt. So, und mach diese Kacktesterspiele weg. So. Da ist der all seine Vorhang, Leute. Das ist unser erstes Missionsziel. Kaputt. Sehr, sehr gut. Und jetzt kommt er da mit Hubschraubern an. In diesem Fall können wir das hier kaputt machen. Und, äh, ja. Hubschrauber bitte die Energie platt machen. Oh. Der Baut Tester spulen auf hier, wie verrückt, ne? Ah, nein, da macht der Flak schnell kaputt hier. Los. Ah. So. Alles klar. Der Baut Tester spulen nach. Warum baut der Tester spulen nach? Das ist doch nervig. Jo. Nullte. Da haben wir direkt am Anfang der Folge schon mal hier einen handfesten Krieg. Das ist doch mal ein guter Einstieg. Mach diese Flugzeuge weg. Das hier auch bitte. So. Wegmachen. Los, zack. Atomkraftwerk. Ach, du Heilige. Weg damit. So, dann. Der Baut Energie nach. Okay. Ist nicht schlimm, Leute. Meine Hubschrauber, komm. Da sind meine Hubschrauber. Waffenfabrik platt machen. Los. Platt machen. Einfach platt machen. So. Bauf wegmachen. Los. Boah. Die Manneken hier, ne? Die nerven richtig. Alles klar. Aber das läuft doch soweit ganz gut hier. Da haben wir mit diesem Angriff schon hier, äh, die eine Seite platt gemacht vor dem Gegner. Das ist doch schon mal sehr gut. Und vor allem das hier war die stärkere Seite. Wirklich. Gut. Dann macht hier die, äh, Hubschrauber machen bitte diese Flammentor da hinten im Arsch. Und ihr macht bitte diese Flakta kaputt. Macht den Sammler im Arsch. Ach, du Heilige. Warum habe ich nur noch drei Hubschrauber? Haben die einen kaputt gemacht, ja? Äh, gut. Dann macht den kaputt. So. Manneken. Alle wegmachen. Los. Auch diesen Flammenwerfer da wegmachen. Los. Auch die wieder wegmachen. Oh. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Da muss ein Spion rein, Leute. Oder? Moment. Kampfhelikopter, ja. Nehmen Sie alles ein. Ah, wir müssen es halb kaputt machen. Okay, ich verstehe. Ja, gut. Dann würde ich sagen, speichere ich das Ding nochmal ganz kurz. Oh. Das ist schon eingetippt. Ja, cool. Dann. Bestätigt. Komfortabel, ja? Doch. So, dann. Uff. So. Bestätige das kurz. So. Und ab nach Hause und reparieren, Leute. Los. Ja, Sir. Genau. Das ist unser neues Team 4 hier. Ich würde sagen, brauche ich einfach mal noch ein paar Einheiten. Und dann nehmen wir uns direkt, direkt im Anschluss hier, diesen Stützpunkt vor. Schön, er hat die Auflösung. Und hier, och, du heilige. Also so verpixelt war das nicht, als ich das aufgenommen habe. Definitiv nicht, Leute. Na ja, gut. So sieht es auf jeden Fall besser aus. So. Zack, 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 zack. Ja, das macht schon Spaß hier mit der Grafik ein bisschen rumzuspielen. Und, genau, jetzt arbeiten die Sammler auch wieder vernünftig, ja. Gut, Leute. Ah, dann würde ich sagen, Hubschrauber. Macht mal bitte diesen Panzer da weg. So. Putz, 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 putz. Ja. Putz, 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 weg. Sehr gut. Alles klar. Ja, die Mission war eigentlich nicht so schwer, muss ich sagen. Wir mussten einfach nur schnell eine Armee aufbauen. Und, äh, ja, und uns schnell, so schnell wie möglich verteidigen. Gut, dann, der Hubschrauber kann sich nochmal reparieren. Oh, dieser Ruckler, ne. Das ist so schade, dass das jetzt alle fünf Sekunden... Und, äh, der Stalin hat eine Atombombe... Alter. Sein Ernst? Sein Ernst? Der Sack hat eine Atombombe abgeschmissen. Was soll dat denn? Was soll dat denn, Freunde? Ey. Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Er hat tatsächlich eine Atombombe benutzt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da war einfach mal so, zack, meine Basis weg, ey. Toll. Radarstation, ja. Na toll. Energie nachbauen. Scheiße. Und ich hab noch was geredet von wegen... Oh, die Mission war einfach. Ja, ja, klar. Warum ist jetzt die Energie weg? Gut. Egal. Ähm, Radarstation, komm. Zum Glück hab ich noch hier die Kohle, ey. Wirklich. Oh. Was soll dat denn? Was macht dat denn jetzt? Pff. Der Russe, ey. Hat da noch ne Atombombe ausgepackt am Ende, ey. Unfassbar. Wirklich. Da habt ihr mal gesehen, wie mächtig diese Dinger sind. Diese scheiß Atombomben, ey. Aber ja gut, ist halt an der Realität angelehnt, ne. Was will man da machen? Gut, Leute. Also Basis wieder Schritt für Schritt aufbauen. Du sammelst mal bitte hier unten. Ja, Sir. Bestätigt. Boah, schneller die Kohle hier los. Boah, zum Glück haben wir da die eigene Basis schon weg. Wirklich. Also, das hätte noch heikel werden können, ja. Aber wo hat er die denn her? Wo hat er die Atombombe ausgepackt? Ich hab dem doch sein Raketensilo da oben platt gemacht. Was soll denn das? Hallo, sammelst du? Der weigert sich da zu sammeln. Ja, klar. Ein ganzer Brocken und das hat nichts gebracht, oder was? Ja, natürlich. Ja, natürlich, ey. Was ist das für eine Spiellogik? So, dann sammelst du bitte hier der andere Sammler. Ja, hier vorne. Gute Idee. So. Meine Frösse, ey. Alles nach und nach mal wieder aufbauen. Eiskalt eine Atombombe reingeschmissen, ey. Was macht ihr da? Ihr sollt arbeiten. Na, die Sammler sind irgendwie verbuggt. Habe ich irgendwie das Gefühl, ne? Seit dem Update ist das irgendwie doof. Gut, er sammelt einfach mal da hinten. Los. Ja, toll. Äh, super. Dann ist die Mission doch nicht so schnell fertig. Alles klar. Ja, wobei, der TPS-Satellit ist jetzt gleich fertig. Shit, man. Da musste ich tatsächlich meine halbe Basis aufbauen. Wie krass. So, da ist der Satellit wieder. Komm schon. Deck die Scheiße auf. So. Wo ist sein Raketensilo? Ich habe es doch platt gemacht. Ja. Der hat kein... Das ist verarsche. Das ist verarsche, Leute. Der hat doch kein Raketensilo mehr. Mach die Kappel da. Los. Und mach das Manneken kaputt. Wo hat er die Atomrakete abgefeuert? Phantomrakete, ey. Krass. Aber gut. Ich würde sagen, haben wir uns wieder aufgebaut. Und dann können wir jetzt den... Ah, die Manneken muss ich noch aufbauen. Genau, stimmt. Äh, wo ist die... Hä? Ah, hier. Ich dachte schon, hä, wo ist die Mannekenfabrik? Da ist die Mannekenfabrik, alles klar. Und ich würde sagen, baue ich noch einmal diesen Hubschrauber nach. So, dann haben wir jetzt aber wirklich alles. 840. Genau, 840 wieder. Ja. Haben wir uns wieder aufgebaut. Da hat der Sack echt die... Atombombe abgeschmissen, ey. Unglaublich. Wirklich. Unfassbar. Aber gut. Äh. So. Dann. Mach den weg. Und dann fliegt der mal bitte da hinten hin. Äh. Wo bin ich denn jetzt hier? Ah, hier. Und dann jetzt hier da drauf. Am besten nicht in die Flachs... Oh, Mann. Das ist... Die sind so dumm, ne? Das ist... Die Hubschrauber sind echt stroh-dumm. Das ist einfach so. Aber gut. Alter. Gut, diese Männiken... Können die mal die Vorhut hier platt machen. Boah, das war echt ne Überraschung gerade. Das war ne Überraschung, ja. Muss ich sagen. Also, nicht schlecht. Ich hab dem doch sein... Achtung. Ich wiederhole mich da. So. Das ist der Hund. Mach den Hund kaputt. So. Alles klar. Dann mach dir die mal kaputt hier. So. Mach die kaputt. Und den hier noch kaputt machen. In Ordnung. Sehr gut. Alles klar, den... Den können die Schubschrauber platt machen. Ganz genau. Aber es sind nur zwei. Das ist ein bisschen doof. Oh. Ja, komm, der überlebt das. Männiken überlebt irgendwie. Keine Ahnung. Zehn Raketen. Ja, das ist ein bisschen komisch. Aber gut. Es ist halt so. Der hat meine ganzen Artillerien platt gemacht, ey. So. Na gut, dann. Alles klar. Dann würde ich sagen, speichern wir das Ding mal. Mission 12. Einsatz gespeichert. So. Und, genau. Mit den Hubschraubern mach ich erstmal hier diese... Mäniken hier platt. So. Und diesen Panzer da. Los. Mach den weg. Mach den kaputt. Ach, schade. Der bewegt sich. Schön ausweichen, ja. Dummer Panzer. Nein, kein Hubschrauber. Was machst du denn? So. Panzer so zu bauen. Los. Jo. Leute, dann. Freut mich, dass ihr mal wieder hier dabei seid. Beim guten alten 9,1 Conquer. Und, jo. Sehen wir jetzt hier, wie wir hier noch die Reste von einem Russen platt machen. Mach den Panzer da weg. So. Botz, 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 botz. Der ist sogar kaputt gegangen. Na, sehr gut. Ne, Sammler. Ich gucke jetzt mal weiter sammeln hier. Und dann würde ich sagen, bauen wir uns nochmal neu auf. Und. Ja, machen wir den platt, den Russen. Oh, das kommt denn da schon wieder. Hubschrauber. Da kommt er wieder angekackt da. Verdammt nochmal. So. Leute. Gut, der Sammler ist voll. Sehr gut. Wo ist der andere? Da. Okay. Ach, der wartet wieder. Dieser Bug, ne? Leute. Dieser Bug. So. Alles klar. Dann direkt ausgeben, die Kohle. Na toll. Das bringt auch jetzt nicht so viel mehr, muss ich sagen. Aber gut. Hä? Warum? Einheit gebaut. Einheit repariert. Das waren doch eben, äh... Ne. Also, Leute, sorry, aber die Sammler, die sind verbuggt seit dem Update. Das ist so. Die Sammler sind definitiv nach dem Update verbuggt. Jo, das, äh... Wisst ihr was? Ich mach jetzt mal was ganz, was ganz, äh, Mutiges. Einsatz gespeichert. Ich, äh, werde die Spielgeschwindigkeit erhöhen nochmal. Ganz genau. Ich werde die jetzt mal, äh, sehr schnell machen. Und mal gucken. Äh, das ist aber nicht sehr schnell. Ja, Sir. Das ist... Nö. Das hat nichts gebracht. Okay, Leute. Äh, Option. Dann mach den mal zurück. Schneller. Und probier's nochmal. Option. Sehr schnell. Nö. Sehr schnell macht er nicht. Schade. Okay, dann müssen wir leider noch ein bisschen warten auf die Panzer. Aber gut. Ist ja nicht so schlimm. Wir verbringen ja gerne Zeit in diesem Spiel. So. Erwarte Ihre Befehle. Gut. Ich hätte mir eigentlich noch ne... noch ne Raffinerie da hinten hinbauen sollen, ne? Aber gut. Wer hat's gebaut? Wer baut weiter seine Artillerien? Oder wobei eigentlich, äh... Ja, Sir. Bestätigt. Wenn ich mit dem Hubschrauber diese Testerspule weg hab, kann ich da schon reingehen. Dann lass kommen. Dann lass. So. Ja, bestätigt. So in Ordnung. Die ist weg. Sehr gut. Der ist auch weg. Macht noch diese Flammentunde kaputt. Ja, verkauft. Noch besser. Noch besser. Und der Sammler hier, der bringt irgendwie wieder nur Kacke rein, ne? So. Gut. Würde ich sagen, sammelt ihr euch mal da. Brauche ich zwei Ingenieure. Für die Tech-Zentren, Leute. Ganz genau. Ah, wieder keine Kohle. Ja, das ist, äh... Ja, Sir. Bestätigt. Ein grundlegendes Problem hier in der Mission. Ich merke schon. Gut. Dann reparier den. Bestätigt. So. Sehr schön, Leute. Aha. Was versucht er da? Er versucht doch wieder irgendwas. Einfach reinschießen. Zack. Ganz genau. Oh, nee. Der hat den Hubschrauber. Okay. Ähm, alles klar. Dann einfach reinfachen. Oh, der hat auch eine Tesla-Sprule da. Ja, scheiße. Das war's. Nein, nicht da drauf. Nein, nicht da drauf. Diese Tesla... Huh! Was war das denn? Irgendwas ist hier in die Luft gegangen. Krass. Leute. Die halbe Basis ist weg. Okay. Nicht schlecht. Na gut, dann macht ihr hier diese Flak kaputt. Los. Can you? Hubschrauber die Uhr. Werfenblatt machen. Genau. Und der Sammler hier. Ja, ja. Und zack. Weg damit. Und weg hier mit. Weg mit diesem Hubschrauber. Verdammt nochmal. Da. Uiuiui. Und das Tech-Zentrum ist schon... Ja. Da ist eben die halbe Basis in die Luft geflogen. Was war das denn? Aber gut, Leute. Gut. Dann würde ich mal sagen... Mach diesen blöden Hubschrauber kaputt. Bestätigt. So. Verdammt. Bestätigt. So. Weg ist er. Und... Nein! Scheiße. Scheiße. Verdammt nochmal. Gut. Schauen wir uns die Katze mal an. Scheiße. Leute. Ja gut, dann wiederhol das Ding einfach. Verdammt. Ich hätte da nicht draufklicken sollen. Oh Mann. Ja gut. Ähm. Wo habe ich zum letzten gespeichert? Spiel laden direkt. Wo habe ich zuletzt gespeichert? Sag jetzt bitte nicht, äh... Vor der Atombombe. So. Äh, hallo? Einsatz geladen. Ah, okay. Ach, das war vor dem Angriff. Alles klar. Ja gut, nö dann. Äh. Alles klar. Dann lass. Ja, ja, genau. Lassen wir gut sein hier. Dann machen wir jetzt noch mit den vier Dingern hier. Diese Tesserspule da im Arsch. Und diesen Panzer da. Ganz genau. Und diesen Flammenturm. Genau. Wo ich noch die zwei Ingenieure hier. So. Und dann kann ich eigentlich schon mit dem 1 da rein marschieren. Äh, jo. Oh, nee. Nicht dieses Scheißhubschrauber schon wieder. Ja, ja. Ich merke schon. Weißt du was? Fahr einfach hier rein. Wir verzollen das jetzt. So. Dann fahr einfach hier rein. Und am besten direkt auf die Kackteserspule da oben. Ey, los. So. Dann hier alles kaputt. Da. Schon wieder. Die halbe Basis ist platt. Selbst zerstört. Schon nicht schlecht, ja. So. Dann mach das kaputt da. Los. Diesen Bauhof kaputt machen. Ah, diese Flak. Die Flak, die nervt, Leute. Gut. Dann mach diese Flak da unten im Arsch. Damit wir da mit den Hubschraubern noch drauf fahren können hier. So. Die Hubschrauber machen das Ding kaputt. So. Leute. Jetzt haben wir es aber wirklich. So. Putz. Putz. Sehr gut. Oh, das ist klar. Cool. Dann würde ich sagen, haben wir die Mission. So. Noch diese Hundehütte. Und ja. Dann kann der eine Invasor hier oben reingehen. So. Alle auf den Sammler da los. Und ihr schwächt bitte nochmal hier. Das andere Gebäude an. So. Ihr schwächt das bitte an, aber nicht zu kaputt machen, bitte. Alles was, dann schieße ich einfach mit einem da drauf. So, Leute. Putz. 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 Nein, einmal noch. So. Immer diese Sneaky-Missionen hier. Wirklich. Energieniveau kritisch. So, Ziel 1 abgeschlossen. Erstes Einsatzziel erreicht. Energiekritisch. Ja, das ist scheißegal. So. Ich muss noch hier rein. Einsatz erfolgreich. Und dann haben wir es. Sehr schön. Alles klar. Cool. Dann haben wir sogar noch U-Boote. Aber gut. Trinke ich mal kurz was. Jo, kaputt. Alles klar. Sehr, sehr gut, Leute. So, wir haben hier Bonusgalerie freischalten. Abschließend Forschungsstopp. Sehr cool. Äh, ja. Ja. Schaut euch mal an. 4 oder 5 hat der Ruße verloren. Aber gut. Leute. Wie sieht es jetzt hier aus? Oh, noch mehr zurückgedrängt. Wir neigen uns wirklich dem Ende schon der Alliiertenkampagne zu. Das geht so schnell, Leute. Wirklich. Aber es ist ja noch lange nicht vorbei. Hier, die Schweiz so mittendrin. Aber gut, Leute. Muss ich sagen, äh, gucken wir uns mal hier die Bonusgalerie kurz an. Was ist das hier? Weltherrschaftstour 97. Eines der einprägsamen Werbebilder von Alarmstufe Rot. Wurde auch in Printmedien verwendet, um das Spiel zu befärben. Okay, krass. Weltdomination Tool. Cool. Okay, Leute. Dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter in die nächste Mission. Und die Mission 13. Gezielte Springer. Oh, Mann. Ich glaube, das ist ein Inside-Level. Verdammt. Und das Level ist nicht einfach. Okay. Alles klar. Ich bereite mich mal seelisch darauf vor. Und ja. Gut. Ja, ich glaube. Das ist die Cutscene, die wir da, äh, in den Bonusgalerie gesehen haben. Genau. Aber wieder was zum Lesen. Alles klar. Land kommen 16 HQ an. Streng geheim. An Kommandant A9. Glückwunsch. Durch die Einnahme der Technologiezentren konnten wir eine unterirdische Waffenfabrik ausfindig machen. Platzieren Sie an allen Generatoren Sprengladungen. Die Explosionen sollten die Anlage zerstören. Entkommen Sie, bevor der Feind Nervengas einsetzt. Einsatzzeiten. Oi, oi, oi. Okay. Ähm, gut. Das heißt... Nein, nein, nein. Oh Gott, das will nicht laden. Äh, Spiel. Geschwindigkeit. Normal. Alles klar. Dann würde ich mal sagen... Ah, ja, ja. Die Mission war das. Okay. Gut. Ähm, Geschützturm. Was? Okay. Gut. Dann würde ich mal sagen, äh, teile ich mal die Leute hier ein. In Teams. Das hier ist dann Team 2. Und das... Ah, das ist sogar ein Spion. Alles klar. Den Spion schicke ich mal vor. Gut. Oh, was ist das denn? Was ist das denn? Oh, in der Tat. Okay. Was war das denn? Radardinger. Radarstörgeräte. Okay. Krass. Ja, gut. Aber wenn wir da gleich die Fässer aufschießen, dann geht das. Gut, Leute. Ja, nächste Inside-Mission hier. Das wird verdammt spannend. Die Karte ist viel größer, wie ihr seht. Also schon, äh, heftig, ja. Oh, und schaut mal hier. Leute, das ist ein Reaktor. Jetzt sieht man das auch, was das darstellen soll. Das soll ein Reaktor darstellen. Für Königin und Vaterland. Mit Hauptcomputer. Cool. Ah, die Kirchenmucke. Oh, in der Tat. Die gute alte Kirchenmucke. Okay, gut. Dann schießt immer bitte da drauf jetzt. So. Schieß da drauf. Wow. Oh nein. Was macht ihr da? Ach, verdammt. Ah, nein. Jede Einheit weniger hier ist kacke, Leute. Wirklich. Da habe ich mich gerade ein bisschen vertan. Also, ich dachte, die Fässer, die explodieren alle auf einmal. Oh nein. Da ist so ein... Ah, scheiß Hund. Wirklich, Leute. Kann er sich daran vorbeischleichen? Hä? Kann er. Okay, krass. Okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay. Gut. Hier ist anscheinend noch ein Terminal, ne? Ein Computer. Genau, Leute. So, dann würde ich sagen. Hier unten muss ein Invasor hin. Und ja, erkunden wir einfach mal weiter, was denn hier noch so Sache ist. Ich kann mich daran erinnern, dass das eine ziemliche Kack-Mission war, wirklich. Das war eine schwierige Mission. Und ja, erstmal erkunden, natürlich. Na klar. Gut. Und ja, wir müssen die Waffenfabrik hier in die Luft sprengen. Okay. Da ist ein Panzer direkt. Ja, krass. Gut. Hier ist der nächste Computer. Oh, in der Tat. Okay. Oh, in der Tat. Gut. Die Computer sind geil. Schaut mal. Richtig schön oldschool gehalten hier, ja. Für Königin und Hattern. Ja, wir müssen die Waffenfabrik hier in die Luft sprengen. Oh, in der Tat. Oh, in der Tat. Oh, in der Tat. Dieser blöde Hund da, ey, wirklich. Was macht der da? Nein, dieser blöde Hund, egal. Gut. Ah. Da haben sie meine Spürung gekriegt, aber gut. Äh, Leute. Dann muss ich mich jetzt wirklich mit, äh, sechs Männern gegen drei hier durchsetzen. Okay, gut, dann schießt sie kaputt. Schießt sie schneller kaputt. Ich hatte keinen Verlust hier. Okay, gut. Dann würde ich sagen, Doktor, heil die mal bitte. Jetzt heilt er die auch automatisch. Alles klar. Ja, dann lass die ballern hier. Die ballern auf dem Panzer einfach. Aber vielleicht kommt da ein Manneken raus. Das wäre scheiße, Leute. Deshalb, äh, ja. Komm mal bitte zurück. Vielleicht kommt da ein Manneken raus. Nö, okay, sehr gut. Hä? Ah, ich muss erst hier unten. Alles klar, ich muss erst hier unten weiter. Okay, ich verstehe. Wow. Ach, du Heilige. Okay. Ja gut, dann heil mal bitte. Okay, dann macht noch dieses Faster kaputt. Komische Radarstörgeräte hier. Okay. Alles klar. Wieso? Nein, 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 nein. Okay, dann. Da kommt ein Hund. Direkt abknallen. So. Knall die ab. Oh Gott sei Dank. Jetzt Arzt. Du bist so ein Schwein. Wirklich. So, Leute. Da kommen nochmal drei Stück, okay. Okay. Was wollen die? Was wollen die? Die wollen schießen. Okay. Ja gut, dann. Bitte vergessen. Auf den Grenadier, los. Schieß, Grenadier. Ach, verdammt. Egal. Leute. Ähm. Ich glaube, das macht hier oben diesen Ton kaputt, ne? Das macht, ich wollte schon sagen, das macht gar nichts. Doch. Es macht was. Sehr gut. Alles klar. Dann könnten wir jetzt theoretisch hier oben weitergehen mit, ne? Dann mach das mal. Komm. Und Team 3 kann sich mal hierhin stellen und Team 4 dahin. So. Was macht ihr denn da? Mann, Mann, Mann. Ey. Wirklich. Ihr seid so gehämmert. Wirklich. So. Hund. Oh mein Gott. Hier war noch irgendwo ein Scheißhund, ne? Gut. Dann stellt ihr euch mal da hin. Na toll. Das ist jetzt wirklich geil. Das ist so knapp bemessen hier. So. Heil den. Den auch, bitte. Oh, toll. Das ist noch ein Grenadier. Oh, Mann. Nein, 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 nein. Oh, zum Glück hat der daneben geschmissen, ey. Wirklich. Puh. Okay, alles klar. Dann kommst du bitte hier an den Computer. Sofort. Sprengladung platziert. Das wird unsere erste. Alles klar. Würde ich sagen. Speichern wir mal. Mission 13. So. Leute. Gut. Ähm. Dann gehen wir mal bitte hier wieder hoch. Drehen wir so auf. Und hier muss ich jetzt halt... Gucken, was hier kommt. Also, das weiß ich leider nicht. Och, du Heilige. Okay. Na gut, dann stellt ihr euch mal wieder hoch. So. Ähm, gut. Gut. Die drei machen nochmal den da unten kaputt. So. Noch 30 Minuten. Ja, ihr seht. Oh Gott. Das war eine Heilung. Nein, 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 nein. Doch, hier unten war auch eine Heilung. Geil. Gut. Ihr seht, wir haben nur noch 30 Minuten. Das ist eine knackige Mission. Ja, muss ich schon sagen. Das ist schon knackig. Alles klar. In Ordnung. In Ordnung. In Ordnung. Was macht der denn da schon wieder? Was macht die alle hier? So. Muss ich sagen. Arzt, heil die mal bitte. Yes. Gut. Dann ihr. Macht mal bitte da. Oh nein, 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 nein. Dieser Arzt. Och, dieser Arzt. Der nervt wirklich, ey. Wenn der wieder nicht heilt. In Ordnung. In Ordnung. In Ordnung. Heil den. Los. Das ist unsere einzige Verteidigung hier unten. Da kommt ein Hund. Was will der Hund? Ja. Abknallen. Sehr gut. Alles klar, Leute. Das ist anders. Oder? Ne, hier ist die Stelle. Och, du Heilige, ey. Das ist so schwierig. Weißt du was? Nimm dir einen Arzt. Nimm dir den Arzt. Verdammt. Nochmal. Och, verdammt. Ja, toll. Jetzt habe ich hier den Salat. Jetzt habe ich hier den Salat. Ich kann mich hier unten nicht mehr verteidigen. Super, toll. Scheiße. Wo schießt ihr da schon wieder drauf, hä? Ah, hier oben ist irgendwo ein Computer. Alles klar. Macht diese Wissenschaftler kaputt. So. So. So, der eine kann mal bitte hier unten stehen bleiben, damit da keine Verwirrung aufkommt. Oh mein Gott. Da sind die Verstärkungstruppen, auf die ich gewartet habe. Och, du Heilige. Drei Männchen. Das ist richtig viel. In dieser Mission ist das richtig viel. Drei Männchen, ja. Gut. Dann stellt euch mal bitte da unten hin. Ich muss mich nämlich jetzt langsam ein bisschen schwuten. 25 Minuten noch. So. Dann knall diesen Wissenschaftler ab. So. Und dann die beiden Schützen da los. Mach die kaputt. Mach den auch kaputt da unten. Los. Der Arzt soll bitte heilen. Ich setze mich in der Arsch. Oh. Da steht noch einer. Verdammt. Gut. Egal. Alles klar. Während die den kaputt machen, kann der schon mal dahin. So. Weg damit. Jetzt kommt es als ein Hund in die Ecke. Das wärs ja. Oh. Oh Leute. Mir fällt gerade was auf. Ich stoppe auf die Uhr. Shit. Shit. Die Folge ist schon zu Ende. Krass Leute. Ja gut. Dann würde ich sagen. Ein Satz. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst doch gerne mal ein Like oder ein Abo da. Würde mich sehr freuen. Ja. Dann würde ich sagen, sehen wir uns bei der nächsten Folge bei Korn & Conker. Und. Ja. Wünsche euch noch einen schönen Abend. Einen schönen Tag. Ne. Tschü tschü.